Willkommen in unserem aktuellen Musterhaus in Oldenburg, gelegen an der Hofstraße 5a. Eingebunden in einem schön angelegten Garten. Nicht üppig, eher minimalistisch. Aber jedes Detail für sich hat seine besondere Wirkung. Schon beim Betreten des Hauses stellt man fest, hier wird Wohnen neu definiert. Die Auflistung aller Details dieses Hauses würde natürlich zu lang werden. Deshalb gibt Ihnen die Firma Resselhaus mit diesem Musterhaus die Möglichkeit, sich über modernes, variables und dennoch gemütliches Wohnen zu informieren. Die großzügige Treppe in Massivholz, die interessant gestalteten Türen, die Bodenbeläge und besonders hervorzuheben die individuelle Wandgestaltung der einzelnen Räume. In diesem Haus stecken viele Erfahrungen, die von uns in den letzten 30 Jahren gesammelt worden sind. So zeigt dieses Haus, die Zeit ist nicht stillgestanden. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich ein wenig verzaubern von den Ideen, die dieses Haus mit sich bringt. Das Resselhaus-Team freut sich auf Ihren Besuch.